Die Witwe muss den Versorgungsausgleich an die verstorbene Ex-Frau zahlen. Ist das wirklich möglich? Mein Name ist Peter Knöbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine verwitwete Rentnerin muss den Versorgungsausgleich an die verstorbene Ex-Frau ihres verstorbenen Ehemannes zahlen. Ist das wirklich zu glauben? Also man hört ja und liest ja wirklich vieles, aber in diesem Fall muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, habe ich nicht schlecht gestaunt, dass das tatsächlich nach geltendem Recht möglich sein soll. Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Rentnerin und Witwe, die seit Monaten einen teuren Versorgungsausgleich zahlen muss und zwar an die verstorbene Ex-Frau ihres ebenfalls verstorbenen Mannes. Ihr Mann ist gestorben und der hinterließ der Rentnerin ein Erbe, welches unter anderem auch diesen Versorgungsausgleich umfasst, den sie jetzt zahlen muss und zwar an die Ex-Frau ihres verstorbenen Mannes, welche aber auch wiederum verstorben ist. Das heißt also nicht sie bekommt, also nicht die verstorbene Ex-Frau bekommt das Geld, kann ja nicht sein, sondern ihr, der Vaterstaat, also die Rentenkasse. Und die Witwe muss monatlich 137 Euro zahlen. In dieser Zahlungsverpflichtung liegt folgender Sachverhalt zugrunde. Ihr Ehemann war, bevor er die Witwe heiratete, mit einer anderen Frau verheiratet. Bei der Scheidung dieser ersten Ehe wurde ein Versorgungsausgleich vereinbart. Das hieß also, der Ehegatte musste seiner Ex da etwas ausgleichen, weil die wegen Kindererziehung oder was auch immer weniger Geld für die Rentenpunkte erwirtschaftet hat. Also musste er ihr etwas ausgleichen. So, und was ist dann passiert? Und als Ausgleich für entgangene Rentenansprüche hatte der Ex im Rahmen des Versorgungsausgleichs daher bei seinem Renteneintritt Zahlungen an seine Ex-Frau zu leisten. So, zu dem Zeitpunkt lebten die ja beide. Nach dem Tod des Ehegatten musste die Witwe als Erbin, die hat sozusagen diesen Versorgungsausgleich übernommen, diesen dann für die Ex-Frau zahlen. Das kann man ja noch nachvollziehen. Aber jetzt ist Folgendes passiert. Die Ehefrau, die erste Frau, die starb noch vor dem Tod des Ehemanns. Und er stellte mit Erfolg einen Antrag, den Versorgungsausgleich nicht mehr leisten zu müssen, sodass er seine volle Pension wiederbekommen hat. Also er hat seine volle Pension wiederbekommen. So, und jetzt starb aber der Ehemann. Und die Witwe, seine derzeitige Frau, erbte dann den Versorgungsausgleich und sie stellte gleichfalls einen Antrag, diesen nicht mehr leisten zu müssen. Denn die Ex-Frau war ja tot. Der Antrag wurde abgelehnt, die anschließende Klage auch abgewiesen. Und Begründung, also völliger Irrsinn, der verstorbene Ehemann vererbte qua Gesetz den Versorgungsausgleich an seine Witwe, jetzt halten sie sich fest, nicht aber das Recht, einen Antrag stellen zu dürfen, diesen Ausgleich nicht mehr leisten zu müssen. Das Geld, welches die Witwe daher für die Ex-Frau weiterzahlt, erhält im Übrigen die Rentenkasse oder der Staat. Also meine Damen und Herren, es ist in der Tat so, dass der Staat an verstorbenen Eheleuten auch noch kräftig mitverdient. Ja, das war mal ein interessanter Fall zum Thema Witwe, Versorgungsausgleich, Leistung an einen verstorbenen Ex-Ehe-Partner. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenscheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020